so ladevorgang mal gespannt ich weiß nicht wie man das machen soll das ist der absolute abcamper modus die rennen außen rum verstecken sich im gebüsch warten und dann kommt raus und knallt dich ab das nicht mal die stehen bei mir einfach alle nur auf der gegnerischen seite der brücke hey daco wie geht's dir moin nicht gut ich renne gerade bei dir rechts rum außen am fluss lang weil sie dort im gebüsch gerne um alle campen wird bestimmt der abgeknallt werden aber es ist mir gerade eine lade ich will halt einfach nur gerade mal ein bisschen was schaffen ja wo war der ich sehe den nicht mal haben die eine höhere schankreichweite ah die kommen gerade übers wasser sind zwei stück pass auf die rennen jetzt direkt zum rb2 einer ist da und der andere kommt der steht am ufer ja ich habe die mal kurz gesehen ich habe ein gewehr gegen maschinenpistolen keine chance soll ich hier auf dich warten kommst du zu mir weil die rennen hier hinten auch gerne übers feld und dann durchs wasser alle punkte sind schon rot kommt wieder einer durchs wasser da hinten jetzt gibt sie mir schutz ich komm rüber ok der der zu b2 gerannt ist der ist tot ich wurde aber von dir kein kill angezeigt ne unterstützungs kill hab ich bloß gekriegt weil ich ihn eh mal gehittet hab also lass mal ein bisschen weiter rein vielleicht sogar ne renn doch erstmal hier außen rum dann können wir ganz gut zum b3 rennen toll damit die dort spawnen ich spawn so oder so dort hat man dir schon mal beigebracht dass man nicht über offene felder rennen soll da denkst du ich crouch hier lang ist doch genauso kacke ah da ist ein auto von dem oder von uns das sind auf jeden fall welche achtung links ist einer vorbeigerannt da rennt es gleich glaube ich übers feld achtung beim haus beim haus dort naja ich seh es ich bin scheiße abgangs nicht vielleicht ne da 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 der rennt zum großen haus ich seh ihn nicht der ist hinter dem weißen knubbel die dubbel ding naja da ist grad ein pfeil angezeigt worden wo er ist ich hab keinen gesehen ich glaub der ist grad weiter zum haus gerannt achtung auto auto rechts ja ich seh es hat ein hit ich bin angefahren worden ich seh ihn nicht ich hab ihn nicht aber du bist auch tot er hat mich überfahren aber ich hab ich hab ihn noch gekillt beim anfahren naja ich stehe jetzt hier gerade am auto oh wow wir haben zur abwechslung mal einen punkt ja das ist der einzige den wir in der vorrunde auch hatten ich bin also immer noch hier nur dass du bescheid willst ich bin erstaunlicherweise platz neun oh autos gespawnt scheiße hab keinen schutz mehr ach man bei b2 war grad einer von uns da ist aber äh ja b2 wird von uns eingenommen ist schon lange eingenommen nein ach ne b3 ist das b3 wird gerade wieder von rot eingenommen ja dann haben sie den gekillt für dieses gelände bräuchte ich echte Dingsbums ja eine sniper ist hier echt gut ja das meine ich gar nicht mal eine Maschinengewehr um wirklich diesen Schlittekampf mitzumachen so ich leg mich jetzt mal hier hin es wird beschossen wird wieder beschossen ach das bist du hier wir wissen von wo ich beschossen wurde das kann nur vom haus sein ich habe es gehört aber von wo wieder ja ich äh da ist er ja äh hier genau in die richtung wo du jetzt guckst da bin ich abgeknallt worden ich sehe ihn nicht der ist irgendwo im haus bestimmt hab ich na komm schon, ich bin tot du auch? hab ihn echt gut hab ihn nicht gesehen hey hinter uns ey was ist denn das für ne runde die kommen wieder von hinten an ja dort im haus ist einer drinnen neben dir aber ich glaube nicht mehr der gehe ich, da muss ich rein ne, da sind drei Mann von uns drinnen ja, der ist tot kommst du mir eigentlich hinterher? ich bin noch auf der anderen Flussseite, aber hinter dir ich hab zwei Kills und zwei getötet, wow wie kannst du schon wieder zehn getötet haben? aber ich hab auch zehn Tote also nämlich war ja schon ein bisschen länger hier drin eigentlich ja ok, stimmt aber trotzdem du hast bestimmt ein Wallhack oder so am Laufen ne, es ist einfach ratsam manchmal sich die Waffen der Gegner zu schnappen die sind meist besser naja, hab ich auch schon gemacht aber find ich jetzt nicht wirklich besser bist du, ich seh dich nicht ah, da wird sie wieder zu der Hütte ja, aber ich crouch schon mal oh, da landet einer da hinten Achtung, bei der Scheune ist dort einer siehst du den? Auto fährt vorbei auch noch ne, ich crouch, ich seh gar nichts außer Feld und Boden ja für sowas braucht man wirklich Dingsbums, ja, ist das das ist die Frage, soll man einfach rauf gehen? ich geh erstmal wieder hier hoch boah Läuft du da gerade? ähm, ich sneaker hier gerade lang Achtung, da läuft jemand zur Scheune was, in dem Scheiß fällt halt keine Sicht du siehst mich, wo ich gerade bin, oder? ja probiere dich ein bisschen zu schützen Achtung, da kommt ein Auto das Auto hat ein MG drauf ja, das hat mich gesehen kannst du es ausschalten? ich glaub, die sind auf mich fixiert noch oder? das fährt auf jeden Fall weiter schießt aber noch auf mich es ist hier ist kein Auto mehr es ist nur ein LKW da schießt irgendwas anderes auf dich ich passe gerade auf, weil hier einer war vor mir äh, den hab ich gehintet ach so aber hier hinten ist noch ein Spieler von uns ja, einer ist down hier hinten sind mehrere von uns du kannst herkommen ja oh ja von drei Seiten wurde ich beschossen geil ich wollte da einfach nur reinrennen oh man scheiße ja, ich bin tot ja, ich bin hier gerade wieder bei B nee, keine Ahnung was ne, ja jetzt jetzt hat er mich erwischt das ist nicht meine Runde Achtung, Auto beim Fluss Richtung B1, B2 was ist denn das? ich bin gerade erst nicht maunt ja, ich sag bloß aber da kümmert sich gerade einer von uns drum willst du denn die wirklich mittendurch? ja oh ich werde schon wieder beballert mann ich bin fast tot abern gut Das hat ihnen eine richtig eklige Knarre, pass auf. Wieso Kopfschuss? Wieso trifft jeder von denen meinen scheiß Schädel? Der ist nicht so fett. Was haben die bitteschön für MGs? Unseren Frauenpunkt sind welche. Ja, wenn ich mich jetzt hier umdrehe, dann bin ich instant down. Oh, da kommt er wieder tot. Auf der anderen Seite der Brücke, wo ich bin, da steht auf jeden Fall einer mit MG. Ich habe hierfür halt echt keine gute Waffe für diese Art Kampf. Bin ich einfach unangenehm. Der mit dem scheiß MG ist down auf der anderen Rückenseite. Ehrlich gesagt, ich habe lieber 100 MGs als einen Sniper, der mir den Kopf hat verpasst. Ja. 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 Warte kurz. Ich hatte den Klopfen rechtzeitig. Boah! Alter, bei mir leckst du gerade wie Sau. Dir explodiert gerade Granaten ohne Ende. Schon wieder hinter mir! Ich spaw nicht mehr für die letzten 28 Sekunden. Vergiss es! Dann mach ich mir nur meine schöne Bilanzschrott. Allein 13 Kaves und 17 Tode?! Ja! Ach du Scheiße, ey! Da sieht man mal, dass das Camper sind. Schade! Ahhhh! Ein Stern! Blitzzieher Bronze verringert Radius der Waffenlaufbewegung. Durch ihre tapferen Einsätze haben sie sich ein Kampfabzeichen verdient. Obergefreiter, ihr Sollt wurde erhöht auf 9200 pro Stunde. Was wurde erhöht? Mein Sollt. Ich hab ein Level Up mit meinem... Achso, du bist jetzt Rang 3, oder? Ähm... Entwicklung bin ich 4. Ja, ich mein, wenn du auf deine Spielfiguren schaust. Ich bin Infanterist, Rang 3. Ähm... Rang 3, Obergefreiter. Was kann man da... Achso, das kostet... Schade... Äh, was? 450 Goldmünzen oder 89.000 Coins. Wird mich verarschen. Soviel hab ich nicht. Ich werd aber gleich... Wollen wir mal einen Amerikaner nehmen? Nö, ich spiel doch nicht für die Gegnerseite. Hm... Dann nicht... Ähm... Hab ich irgendeine neue Waffe frei gespielt? Nö... Freischaltung durch Abschießen der vergangenen Ordensspange... Äh, Gesundheit. Fahrzeug kaufe ich mir keins... Marathon-Mann... Das... Wenn sie trainieren, ihre Waffe immer auf genau dieselbe Art zu halten, können sie bei Drehungen verhindern, dass der Lauf zu sehr schwankt. Rein damit! Als nächstes freischalten... Leichte Fehler... Ähm... Oh, ich muss mein Dings hier mal reparieren, das ist schon im roten Bereich. Wieviel kostet sowas? Ähm... Das war nur Munition... Waren jetzt so 2000 noch was... Was ich machen musste... Ähm... Ich hol mir noch meine Schaufel wieder rein, damit ich 3 Waffen hab... So... Also ich wär... Warte... Und folgen... Rockstar Dancer till I drop... My life is as hard if my home is the club... My stage is the dance floor, but it never stops... My stage is usually... ...